Hallo, willkommen zur Morphologie-Vorlesung. Das ist die neunte Woche und damit die vorletzte. Wir reden heute weiter über das Thema Valenz und werden uns noch genauer beschäftigen mit Verbtypen im Sinne von Valenstypen. Der Überblick, wie jedes Mal, die weitere Unterteilung des Verbwortschatzes. Wir hatten da letzte Woche schon mit begonnen. Da ging es um passivierbare und nicht passivierbare Verben. Heute schauen wir uns Doppel-Akkusative an und diskutieren den Objektstatus der vorkommenden Akkusative. Wir werden darüber diskutieren, welche Dative Ergänzungen sind und welche vielleicht Angaben. Und wir werden die Passivierbarkeit im sogenannten Dativ-Passiv als Test einsetzen. Und wenn Sie noch nicht wissen, was das Dativ-Passiv ist, dann zeige ich Ihnen das gleich. Wir reden dann über Statusrektion. Das ist eine weitere Möglichkeit, Verben in Unterklassen einzuteilen. Und zwar die Verben, die infinite Verbformen regieren. Also Modalverben, Halbmodalverben und Hilfsverben. Wir beginnen wieder mit Objekten und Valenz. Ich möchte kurz eine terminologische Zuordnung vornehmen, einmal explizit mit dieser Folie, um vielleicht ein bisschen Verwirrung auch wieder auszuräumen. Das Subjekt aus der Schulgrammatik und aus vielen linguistischen Ansätzen ist im Deutschen die mit dem Verb kongruierende Nominativergänzung. Das direkte Objekt ist die normale Akkusativergänzung eines Verbs, also ein Valenzgebundener Akkusativ. Das indirekte Objekt ist eine Dativergänzung eines Verbs. Präpositionalobjekte, über die haben wir kurz gesprochen, das ist eine Präpositionalphrase, hier steht Präpositionsgruppe, die Ergänzungsstatus hat. Die also keine Angabe ist, sondern eine Ergänzung des Verbs. Nichts davon ist zwangsläufig immer vorhanden. Es gibt Verben, bei denen kann man bestimmte Dinge nicht weglassen, aber nichts davon muss in einem Satz unbedingt vorhanden sein. Mir graut, da gibt es kein Subjekt. Der Ballon platzt, hat kein Objekt und so weiter. Was adverbiale Bestimmungen in der Schulgrammatik sind, das ist manchmal etwas schwierig zu sagen. Im Prinzip sind es die Angaben des Verbs. Wir haben bereits über direkte Objekte, also Akkusativobjekte gesprochen und jetzt schauen wir uns sogenannte Doppelakkusative an. Was ist ein direktes Objekt bzw. ein Akkusativobjekt? Nun, wir haben es gerade nochmal besprochen, es ist die Akkusativergänzung des Verbs. Oder Nebensätze an deren Stelle. Und was sind jetzt Doppelakkusative nun? Die haben zwei davon. Ich lehre Ihnen das Schwimmen. Und wenn Sie meinen, es müsse eigentlich ich lehre ihm das Schwimmen heißen, dann ist das völlig in Ordnung. Das sind dann Varietäten des Deutschen. Diese Variante hier mit dem Doppelakkusativ ist aber tatsächlich normativ korrekt. Das heißt noch nicht viel. Gilt als bildungssprachlich. Das heißt auch noch nicht viel. Auf jeden Fall existiert sie. Das ist das Wichtige. Wenn wir versuchen, hier ein Passiv zu bilden, das Schwimmen wird Ihnen gelehrt, da hätten wir diesen Akkusativ hier, das Schwimmen genommen und zum Subjekt gemacht. Das mag nicht so richtig funktionieren. Er wird das Schwimmen gelehrt. Da haben wir diesen Akkusativ genommen und zum Subjekt gemacht. Das möchte auch nicht so richtig funktionieren. Hier wird das Schwimmen gelehrt. Das unpersönliche Passiv geht, weil wir uns da nicht festlegen müssen. Welcher dieser beiden Akkusative nun der ist, der bei der Passivierung zum Subjekt wird. Das sind also sehr, sehr seltsame Verben und davon gibt es auch nur sehr wenige. Beide Akkusative sind also im Passiv nicht nominativ fähig. Wo wir zwei haben, klappt das nicht. Und ich muss zum Buch korrigieren. Da habe ich diesen Fall hier in 1D noch nicht bedacht. Natürlich bilden diese Verben Passive, aber eben nur unpersönliche Passive. Das war es schon mit den Doppel-Akkusativen. Ich wollte sie Ihnen nicht vorenthalten, einfach weil es eine schöne, interessante, kleine Klasse ist, wo wir einmal einen Test anwenden können, nämlich auf Passivierbarkeit und sehen, da stimmt irgendwas nicht. Also wir können Passive bilden, aber nur wenn wir uns nicht entscheiden für einen dieser beiden Akkusative, um ihn zum Subjekt zu machen. Wir kommen zu den Dativen und dazu können wir ein bisschen mehr sagen. Wir brauchen, um die Dative zu beschreiben, erstmal das Bekommen-Passiv oder auch Rezipienten-Passiv genannt. Es gibt nämlich nicht das Passiv im Deutschen, sondern es gibt zwei oder drei Passive, je nach Beschreibung. Mein Kollege bekommt den Wagen von Johann gewaschen. Das sind jetzt hier Sätze, die parallel sind zu Sätze von letzter Woche. Und das ist ein Bekommen-Passiv. Mein Kollege bekommt den Wagen von Johann gewaschen. Der Schlossherr bekommt den Roman von Alma geschenkt. Mein Kollege bekommt den Brief von Johann zur Post gebracht. Die Fremden bekommen von dem Maler gedankt. Mein Kollege bekommt hier immer montags von Johann gearbeitet. Seltsam. Mein Kollege bekommt bei zu hohem Druck von dem Ball geplatzt. Das ist jetzt noch seltsamer. Michelle bekommt von dem Rottweiler aufgefallen. Sie sehen, dass wir hier in dieser Konstruktion ähnlich wie beim Vorgangspassiv oder Werdenpassiv Sätze haben, die wir ins Passiv setzen können und solche, mit denen das nicht funktioniert. Was wir hier aber sehen, ist eine Passivbildung. Wir gehen gleich noch darauf ein, wie sie genau funktioniert. Und sie setzt genauso wie das andere Passiv, das wir letzte Woche besprochen haben, voraus, dass ein agentivischer Nominativ in der Valenz des Verbs verankert ist. Nur dann geht das. Was genau machen wir jetzt, wenn wir ein Verb ins Rezipientenpassiv setzen? Und ich zeige Ihnen jetzt hier eine Folie, die genauso aufgebaut ist wie die von letzter Woche zum Vorgangspassiv. Was sich nicht unterscheidet, ist einfach in Grau dargestellt. Als Auxiliar nehmen wir bekommen statt werden, okay, und die Verbform tritt dann, wie beim Vorgangspassiv, als Partizip auf. Für die Passivierbarkeit relevant ist die Nominativergänzung, die agentivisch sein muss. Und eine Passivierung ist auch hier eine Valenzänderung. Die Nominativergänzung, wie beim Vorgangspassiv, wird zur optionalen Präpositionalphrase, ob nun Angabe oder Ergänzung. Eine eventuelle Akkusativergänzung, und das ist ein Unterschied, bleibt eine Akkusativergänzung. Beim Vorgangspassiv wurde ein eventueller Akkusativ zum Subjekt, also zum Nominativ. Hier bleibt der Akkusativ ein Akkusativ. Hier wird hingegen eine Dativergänzung zur Nominativergänzung. Gehen Sie zu den Sätzen zurück und schauen Sie sich das an. Kein Dativ heißt, wir können das Rezipientenpassiv nicht bilden. Im Gegensatz zum Vorgangspassiv, wo es völlig egal war, ob ein Akkusativ beim Aktivverb vorhanden ist oder nicht, müssen wir hier ein Dativ haben beim Aktiv, sonst können wir das nicht bilden. Es gibt also keine unpersönlichen Dativ-Passive. Bei Angaben, wie auch beim Vorgangspassiv, ergibt sich keine Änderung. Die nicht passivierbaren Verben sind die ohne agentivischen Nominativ. Wir brauchen aber eben einen Dativ. Der muss da sein. Wir haben also jetzt zwei harte Bedingungen. Das Verb muss einen agentivischen Nominativ und einen Dativ regieren. Bei sogenannten unergativen Verben schauen wir uns jetzt an, was mit dem Dativpassiv passiert oder dem sogenannten Rezipientenpassiv. Das ist dasselbe. Und da hatten wir einen Satz, der war zweifelhaft. Und zwar, mein Kollege bekommt hier immer montags von Johann gearbeitet. Wir können uns jetzt überlegen, welcher Aktivsatz denn dazu gehören würde. Wir machen also das Passiv rückgängig. Montags arbeitet Johann, meinem Kollegen, hier immer. Wir können den versuchen umzustellen. Montags arbeitet hier immer Johann, meinem Kollegen. Das ist immer noch seltsam. Wir haben aber ein Dativ genommen, ein Subjekt draus gemacht. Johann wurde zur optionalen Präpositionalphrase mit von. Montags bleibt gleich, hier immer bleibt auch gleich. Wir haben bekommen als Hilfsverb und wir haben ein Partizip. Wir haben also eigentlich genau das getan, was wir tun müssen, um das Rezipientenpassiv zu bilden. Gleichzeitig ist arbeiten, das haben wir letzte Woche gesehen, ein Verb mit einem agentivischen Nominativ. Aber schauen Sie, so würde man das im Aktiv auch nicht sagen. Nein, dieser Aktivsatz ist nicht besser als das Dativpassiv dazu. Das ist nämlich hier keine Frage des Rezipientenpassivs, sondern dass bei diesem Verb oder dieser Klasse von Verben wie Arbeiten viel eher eine Präpositionalphrase mit Fürstünde, um dasselbe auszudrücken, was hier der Dativ ausdrücken soll. Man würde also sagen, montags arbeitet Johann für meinen Kollegen immer hier oder so etwas. Müssen wir vielleicht ein bisschen umstellen. Mit dem Dativpassiv haben wir jetzt eine Möglichkeit, uns die indirekten Objekte nochmal genauer anzuschauen. Und das wollen wir jetzt tun. Wir fragen nämlich, welche Dative sind Teil der Valenz, also Ergänzungen, und damit Dativobjekte. Alma gibt ihm heute ein Buch. Das ist das Verb geben. Da würden wir sagen, das ist ein detransitives Verb. Das regiert ein Nominativ, ein Akkusativ und ein Dativ. Alma fährt mir heute aber wieder schnell. Das ist ein bisschen etwas anderes. Alma mäht mir heute den Rasen. Wir würden ja kaum sagen, dass Mähen detransitiv ist. Und Alma klopft mir heute auf die Schulter. Klopfen ist ja eigentlich auch nicht detransitiv. Wenn wir jetzt wissen wollen, welche dieser Dative wirklich Objekte, also Ergänzungen sind, können wir einen relativ einfachen Test anwenden. Denn wir haben ja gesagt, letzte Woche, passive sind Valenzänderungen. Wenn also ein Rezipientenpassiv bildbar ist mit diesen Sätzen, mit dieser Art Dativen, dann muss es sich um einen valenzgebundenen Dativ handeln. Denn sonst würde er ja nicht ausreichen, um diese Valenzänderung durchzuführen, die das Rezipientenpassiv darstellt. Und dann bekommen wir diese Sätze hier. Die sind nicht stilistisch immer schön, gerade wenn man sie so geschrieben sieht. Aber sie werden zustimmen, dass diese Konstruktion im Deutschen existiert. Auch wenn sie vielleicht stilistisch markiert ist oder registermäßig markiert. Er bekommt von Alma heute ein Buch gegeben. Alma wird zu von PP. Der Dativ wird zum Subjekt. Das Hilfsverb ist bekommen. Ein Buch. Der Akkusativ bleibt gleich. Erinnern Sie sich an die allgemeine Beschreibung des Dativpassivs. Und wir haben hier ein Partizip von geben. Das ist also nochmal jetzt illustriert, die Bildeweise. Und das geht. Er bekommt von Alma heute ein Buch gegeben. Vielleicht nicht besonders schön. Das können Sie selber entscheiden. Aber das wäre auf jeden Fall eine grammatische Struktur. Genau so geht. Ich bekomme von Alma heute den Rasen gemäht. Ich bekomme von Alma heute auf die Schulter geklopft. Auch mögliche Dativpassive zu diesen Sätzen hier oben. Der einzige, der nicht geht, ist. Ich bekomme von Alma heute aber wieder schnell gefahren. Das ist das Dativpassiv zu. Alma fährt mir heute aber wieder schnell. Das heißt, dieser Dativ hier in B ist kein Valenzgebundener Dativ. Diese Dative sind Angaben. Keine Ergänzungen. Alle anderen müssen nach diesem Test Ergänzungen sein. Wir haben es hier nämlich mit den vier wichtigen verbabhängigen Dativen zu tun. Das heißt, wir klassifizieren gerade die Dative unter. Nur der in B ist eine Angabe. Die anderen sind die ganz normale Ergänzung, lexikalisch festgelegt, beim ditransitiven Verb. Das sind also die Dative, die das Verb so aus dem Lexikon mitbringt. Der Bewertungsdativ in B, ja, das ist eine Angabe und der muss immer entweder im Vorfeld stehen. Mir fährt Alma heute aber wieder zu schnell. Oder direkt nach dem finiten Verb hier im Aussagesatz. Alma fährt mir heute aber wieder schnell. Wenn wir versuchen, dieses mir in eine andere Position zu stellen. Alma fährt heute mir aber wieder schnell. Alma fährt heute aber mir wieder schnell. Das geht alles nicht. Dieser Dativ ist sowieso seltsam, weil er an zwei ganz bestimmte Positionen im Satz gebunden ist. Und außerdem reicht er nicht aus, um ein Dativ-Passiv bzw. Rezipienten-Passiv zu bilden. In 7c sehen wir den Nutznießer-Dativ. Der drückt aus, wer von einer bestimmten Handlung, einem bestimmten Ereignis profitiert. Alma mäht mir heute den Rasen. Der wird, so würden wir annehmen, per Valenzerweiterung ganz, ganz vielen Verben hinzugefügt. Wir wollen ja nicht sagen, dass Mähen ein Ereignis ist, das intrinsisch für eine bestimmte Person durchgeführt wird. Wir können aber jedes Verb nehmen, auch wenn es eine solche mit einem Dativ kodierte Beschreibung eines Nutznießers nicht auf der eigentlichen Ereignisbeschreibung hat und so einen hinzufügen. Er dreht mir den Film, sie legt mir die Schallplatte auf, er wäscht mir den Wagen und so weiter und so weiter. Ganz viele Verben, die ein Ereignis kodieren, das im Prinzip für jemanden durchgeführt werden kann, kann man um so ein Mir erweitern. Und das wird dann auf die Valenzliste geschrieben, so wie beim Passiv die Valenzliste modifiziert wird. Da wird was weggenommen, da wird was geändert und so weiter. Der Pertinenzdativ in D, Alma klopft mir heute auf die Schulter, das ist auch eine Ergänzung, das hat ja der Test mit dem Dativpassiv gezeigt. Und wir würden auch annehmen, dass es eine Valenzerweiterung ist, die würde ich aber wirklich gerne nicht weiter diskutieren, weil das eigentlich noch komplizierter ist. Da geht es ja nicht nur um einen Dativ, das würde ich gerne weglassen. Der Bewertungsdativ, der Nutznießer-Dativ und der Pertinenzdativ, die nennt man alle auch freie Dative, also alles in B, C und D, obwohl wir gesehen haben, das heißt nicht, dass das die Angaben sind, nur B, der Bewertungsdativ, ist eine Angabe. Weil das mit diesen ganzen Valenzänderungen vielleicht etwas unübersichtlich ist, schauen wir uns das jetzt nochmal an. Mit einem Beispiel. Wir beginnen mit einem Verb, das einen agentivischen Nominativ und einen Akkusativ auf der Valenzliste hat. Alma mäht den Rasen. Ein ganz klassisches, transitives Verb. Der Nutznießer-Dativ wird jetzt durch eine Valenzerweiterung hinzugefügt. Wir erzeugen also durch irgendeine Regel ein Verb, das verhält sich ansonsten wie Mähen. Wir fügen nur den Nutznießer-Dativ hinzu. Alma mäht meinem Kollegen den Rasen. Da haben wir einen wunderschönen Aktivsatz mit einem Dativ, einem Nutznießer-Dativ, der hinzugefügt wurde. Das Subjekt und den Rasen sind beim Mähen schon lexikalisch vorspezifiziert. Das Rezipienten-Passiv können wir jetzt bilden, indem wir die neue Valenz umändern und folgendes tun. Mein Kollege bekommt von Alma den Rasen gemäht, meinem Kollegen wird zu mein Kollege, der Dativ wird zum Subjekt, zum Nominativ, Alma, das Subjekt des Aktivs, wird zur optionalen PP mit von, der Dativ wird im Rezipienten-Passiv nicht verändert, dann haben wir hier das Hilfsverb und das Partizip. So kann man sich vorstellen, wie aus dem ganz normalen Aktivverb Mähen ein Rezipienten-Passiv wird. Und damit haben Sie jetzt wirklich einen guten Überblick über die nominale und sogar präpositionale Valenz von Verben im Deutschen und Sie haben damit wirklich einen ganz großen Teil der Struktur des verbalen Lexikons verstanden. Eine Kleinigkeit fehlt Ihnen noch, die aber auch nur sehr wenige Verben betrifft. Und die schauen wir uns jetzt an. Da geht es nämlich um die Statusrektion. Statusrektion liegt immer vor, wenn Verben Verben regieren. Bisher hatten wir nämlich nur nominale und präpositionale Objekte. Wir haben diskutiert über Akkusative, Dative und letzte Woche auch kurz über Präpositionalobjekte. Viele Menschen leiden unter Vorurteilen und so weiter. Es gibt aber auch andere Verben, die haben Statusrektion. Die binden über ihre Valenz infinite Verbformen. Die drei Status des infiniten Verbs sind der erste Status, das ist der reine Infinitiv wie ein Kaufen. Der zweite Status ist der Infinitiv mit Zu, also Zukaufen. Der dritte Status ist das Partizip, gekauft. Diese drei Statusbezeichnungen sind einfach nur synonym zu diesen Bezeichnungen hier. Wir führen sie ein in der germanistischen Linguistik, um über diese Reihe von Formen reden zu können. Als zusammengehörige Formen in einem paradigmatischen Sinn. Das sehen wir bei diesen Bezeichnungen hier, Infinitiv, Infinitiv mit Zu und Partizip. Da sieht man nicht so wirklich eine Systematik. Die folgende Zusammenfassung ist alles andere als exhaustiv. Sie bekommen hier nur einen Einblick. Wir schauen uns zuerst den Valenz gebundenen dritten Status an. Hier sehen wir haben und sein und jeweils ein Partizip. Das sind Perfektformen. Das Hilfsverb zusammen mit dem Partizip, das wissen Sie, bildet das Perfekt. Nadesch da wurde mit meiner Handel fotografiert. Hier haben wir ein Passiv mit werden und ebenfalls dem Partizip, also dem dritten Status. Wir sagen nun mit gutem Recht, Perfekthilfsverben, haben und sein, regieren den dritten Status. Sobald ein Perfekthilfsverb im Satz auftaucht, muss das Verb, dessen Perfekt hier gebildet wird, im dritten Status stehen. Das Passivhilfsverb werden regiert ebenfalls den dritten Status. Nun, es lautet nur eben anders. Es ist werden statt haben und sein. Wir haben aber auch Fälle von Valenz gebundenem zweiten Status, also dem Zu-Infinitiv. Der Hufschmied beschließt, die Pferde zu behufen. Der Hufschmied wünscht, die Pferde zu behufen. Hier haben wir beschließen und wünschen. Das sind nun keine Hilfsverben im eigentlichen Sinn, sondern ganz normale lexikalische Verben. Und die verlangen aber ein Zu-Infinitiv. Nicht immer, nicht nur, aber sie haben auf jeden Fall die Verwendung, in der sie ein Zu-Infinitiv regieren. Und deswegen betrifft die Statusrektion eben nicht nur Hilfsverben und Modalverben, wie wir gleich sehen, sondern eben auch ganz unauffällige lexikalische Verben. Der Hufschmied scheint die Pferde zu behufen, geht auch. Scheinen ist ein etwas anderes Verb. Da reden wir wirklich nicht ausführlich drüber. Das ist ein sogenanntes Hebungsverb oder Halbmodalverb. Die Unterscheidung erwähne ich nur. In der Syntax reden wir da noch mehr drüber. Wir haben es hier mit sogenannten Kontrollverben zu tun, wie beschließen und wünschen. Die regieren den zweiten Status. Und sogenannte Halbmodale, wie scheinen, tun dies ebenfalls. Sie müssen sich hier die Details, weil sie sie ja auch gar nicht kennen, nicht merken. Es gibt einfach Verben, die den zweiten Status regieren. Und damit kommen wir rückwärts zählend zum ersten Status. Welche Verben regieren den? Der Hufschmied wird die Pferde behufen. Das Futur regiert den ersten Status. Der Hufschmied möchte oder kann die Pferde behufen. Das sind Modalverben, wie Sie wissen. Auch die regieren den ersten Status. Das Futurhilfsverb werden also und Modalverben dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen regieren den ersten Status. Und Sie sehen, dass man hier alleine dadurch, welchen Status die Verben regieren, wir auch wieder die Verben theoretisch unterklassifizieren können. Und damit kommen wir nämlich zu einer Verbklassifikation, um dieses Thema auch weitgehend abzuschließen und schauen uns jetzt an, wie ist das verbale Lexikon gegliedert. Erstens haben wir nominale und präpositionale Valenz, zum Beispiel Nominativergänzungen, Subjekte, naja, oder auch nicht. Es gibt Verben wie grauen, mir graut, die haben das nicht. Das sind aber schon sehr wenige. Und natürlich unpersönliche Passive. Da haben Sie dann auch keinen Nominativ. Wir haben den agentivischen Nominativ als Sonderfall, naja, oder eben den nicht-agentivischen und der entscheidet darüber, ob das Verb passivierbar ist. Wir haben dann die erste Akkusativergänzung und wir haben eventuell eine zweite Akkusativergänzung bei den Doppelakkusativen. Das ist sehr selten und Sie sehen, dann kann man auch gar nicht richtig entscheiden, was ist denn nun die erste und die zweite, weil beide für die Passivierung nicht herhalten können. Das ist sehr schwierig. Wir haben Dativergänzungen, da haben wir gesehen, die sind entweder lexikalisch vorspezifiziert oder sie werden hinzugefügt über eine Valenzanreicherung, wie zum Beispiel beim Nutznießer-Dativ. Den Pertinenzdativ haben wir ein bisschen außen vorgelassen. Präpositionalergänzungen, also Präpositionalobjekte, können wir haben, können wir nicht haben. Menschen leiden unter Vorurteilen, da haben wir einen. Und wir haben gesehen, es gibt da auch vielleicht einen Test, den Auskopplungstest. Was all diesen Ergänzungen hier gemein ist, wenn sie denn bei dem entsprechenden Verb in der Valenz kodiert sind, ist, dass sie Objekte bezeichnen, Gegenstände, deren Rolle an dem vom Verb beschriebenen Ereignis vom Verb vorgegeben wird. Das ist der Unterschied zu den Angaben. Weiterhin haben wir heute gesehen, dass es Verben gibt, die auf ihrer Valenzliste andere Verben fordern, in einem bestimmten Status. Sie regieren also den Status, den ersten, das sind die Hilfsverben und Modalverben, den zweiten, das sind Kontroll- und Halbmodalverben, wobei diese Begriffe hier jetzt nicht so wichtig sind, weil wir sie nicht im Einzelnen aufgelöst haben. Und den dritten Status regieren vor allem Hilfsverben. Das ist keine exhaustive Liste, es gibt über zehn verschiedene Typen von Statusrektionen. Und damit haben wir auch die lexikologische Komponente schon weitgehend abgeschlossen. Es bleibt uns noch eine Woche übrig. Da reden wir über den Kernwortschatz und das Fremdwort. Dazu müssen Sie nichts lesen. Sie können aber das Fremdwort im Deutschen von Peter Eisenberg sich anschauen. Das ist von der Konzeption her ein Fremdwörterbuch, aber es hat eine sehr schöne theoretische Einführung, die auch sehr lang ist. Und auf der wird auch ein großer Teil der Vorlesung nächste Woche basieren. In diesem Sinne, bis dahin, vielen Dank.